Ja hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Prince of Persia, the where we are with him Ich hab so langsam ne Ahnung wie wir es machen müssen und zwar müssen wir glaube ich öfter aus Sogo aus diesen komischen Zauberbrunnenspiel trinken und damit können wir nämlich unser Spiel steichern und uns wieder heilen sprich das ist vielleicht der Schlüssel zu dem was wir bisher nicht geschafft haben und zwar diesen komischen Taubenmann besiegen und weiter zu kommen ähm genau, ach jetzt kommen wir erstmal wieder hier wie geil ist das denn? das war gar nicht geil, so jaaa geil hypergeil ja ist gut ich weiß dass ich verkackt hab wiederholen so jetzt muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen so hält man sich fest dann krabbeln wir wie so ein Kletteraffe schwupp 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 so hier müssen wir springen tchu episch daneben gesprungen boah ich verkack diese Aufnahme so glaube ich schon könnt euch auf 1000 Fails von mir freuen wiederholen so so zack dann hier hoch jetzt da richtig Speed aufnehmen springen springen rübergehoppt da drauf hier hin ne ne geh sofort wieder runter du Spacken äh so bringen wir das aber nichts jetzt bist du jetzt wieder runter oder bist du jetzt viel zu unfähig hä geh sofort wieder runter nein rein ha geht doch so zack dann hier jetzt müsste ich da mal kurz gucken hier hoch da hoch hier hoch äh da hoch ach ja genau Taste 8 hier hoch da runter an der Wand entlang laufen hier entlang dann hier einen aufs Säulenkletterer machen so hier entlang klettern da entlang klettern hier hoch springen hier die Kiste kaputt hauen hier zurück gehen da durch rollen dann diese hässlichen Krüppelmonster kaputt besiegen und jetzt hatte ich mal vor hier hier sind wir jetzt so weit weg wer hat das hier zu äh wer hat das zu verantworten ich hab gar nichts gedrückt ich will sofort wieder nah ran ja geil wie konnte man nochmal ich kann mich nicht mehr mehr drücken ah so Waffe aufnehmen gegen hier mit so die Kamera steht ein bisschen komisch egal naja sehr geil jetzt hier was sind wir denn jetzt lang hier hoch ne hier ne ich kann jetzt hier nur hin und her machen also irgendwas hat hier gefehlt und zwar mega aber Pfingenskunde klettere hinauf und irgendwas ist hier abgespackt äh ähm hier ging es doch grad ah das sieht mir schon deutlich besser aus hier hoch da hoch hier an der wand ach ja wir müssen geschissen kriegen da hoch hier hoch mhm ja das machen wir doch die ganze Zeit hab ich gedacht so nicht so nicht sag mal bin ich jetzt hier haben das doch sonst immer sowieso einfach hingekriegt ma mit gedrückter Taste 8 das mache ich ja immer jetzt komme ich hier nicht mehr mehr hoch die Entwickler spielt heute mal immer Ohrfeigen einsperren und nie wieder freilassen so jetzt halte ich Taste 8 gedrückt und nichts passiert äh äh